Oliver, das hoffe ich natürlich schon, weil mit Stadtteammer 1 bist nicht unbedingt ein Glückskind heute da oben. Aber dieses besondere Kitzbill-Gefühl da oben, diese fast bedrohliche Stille, dass du jeden Atemzug hörst und deinen Pullschlag in dir drinnen richtig spürst, da geht's jedem gleich. Liebe Zuschauer, jetzt könnt ihr euch auch was gefasst machen, weil jetzt wird's richtig verrückt. So, jetzt geht's da hin. Rechtsschwung, Vollaufzug, Linksschwung und eine Gemausefalle, Weitersprung, Pistolarisch, Vollspeed, Achtung, unruhig, ganz schön schnelle Kurve, Anfahrtkarussell, Eintrifter, Haut drauf, Welle, Einfahrt in den Steilhang. So, ohne Matthias probieren, Geduldig sei, dass jetzt drauf geht, hoch bleiben, kleine Sprung, boah, das ist jetzt knapp. Hoch, da oben geht's ab, unvorstellbar. Bei den Meier-Matthias habe ich geredet, was er da bei dem Zürchweg da ausgedacht hat, da fahre ich mal kurz die Spannung ab und ganz leu im Kopf, weil das da oben einfach verrückt ist. So, jetzt geht's weiter. Alte Schneese. 20, 30 Meter Sprung und das Tempo für die Seidl am Aufbauen. Achtung, da ist immer ein Unruhig. Anfahrt, Seidlangsprung. Ehe, ich fahre, unruhig, Welle, drauf auf den Ski. Ist eine schlechte Sicht, ich muss da brutal drauf gehen. Wichtige Kurven. Werkeschuss, Temporichtung, Oberhausberg mit dem. So. Bis dahin ist ein Kampf zu vorn. Das ist eine super kurze Kurve, Oberhausberg. Anfahrt, Hausbergkanten. Aus dieser Bande. Sprung, eine. Weiter Sprung, wird der Gegensprung drauf auf den Ski. So machen die Kurven. Vorne sind die Regenkläte, Knopf raus. Eine in die Traversal. Und weiter Sprung. Und voller Stift, Bobi. 140 kmh. 10-Sprung, 40 Meter, 50 Meter. Und draußen. Das ist ein Höllenritter, aber unfassbar. Aber eines muss ich noch loswerden. Gratulation an dem ganzen Team. Diese Strecke mit dem Schneefall. Als ob es euch das Spartakel jetzt richtig verdient. Viel Spaß. Vielen herzlichen Dank für diese eindrucksvollen Bilder. Und wir hören schon, die Meinungen gehen auseinander um diese Startnummer 1. Ich bin auch gespannt. Aufprüf.